Hallo und herzlich Willkommen zurück in den interdimensionalen Worten... Lego Dimensions, neben mir der Drachenbursche. Neben mir ist der Land 16. Wir haben uns gedacht, wir verbessern mal wieder ein paar Fahrzeuge. Und zwar wollen wir ein paar spezielle Fähigkeiten haben. Ich glaube, du warst zu schnell. Ich war zu schnell, ich habe vor allem einen falschen Charakter. Wir wollen nämlich diese Mystery Machine hier. Heißt das so? Mystery Machine? Mystery Machine, ja, ja. Momentan kann es nur im Dunkeln leuchten. Das ist aber nicht so praktisch. Wir wollen natürlich mehr... Shaggy! Shaggy heißt er glaube ich. Shaggy, ja klar heißt er Shaggy. Er heißt Shaggy auf jeden Fall, ja. Und zwar wollen wir... Das ist auch noch der originale Synchronisator. Oh Gott, Bauern. Das ist bei den meisten übrigens so, dass wir die originalen Sprenger haben. Mach einfach ganz schnell dafür. Schnell unser Geld loswerden, alle Fähigkeiten rausfahren. Und eine noch. Ähm, extra. Genau, und dann nochmal... Nein, das war eine zu viel. Egal. Ja, passt. Das war nicht eine zu viel. Nein. Dann kaufen wir die zweite Version von der auch noch von der Mystery Machine. Bauen die mal ganz schnell zusammen, wie ihr seht. In einem unglaublichen Top Speed hier. Und dann sieht die richtig geil aus. Ja. Ähm. Du kannst es drauf lassen, das Fahrzeug. Das speichert er glaube ich automatisch, ja. Also? Ne, dachte ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Und dann können wir auch noch da auch wieder... Ah, das ist dann auch teurer, da was zu kaufen. Ja, die Schwimmigkeit natürlich erhöhen. Ja, aber es reicht das Geld auf jeden Fall. Wir sind dann zwar fast pleite, aber dafür haben wir dann auch was cooles. Und zwar, und zwar, und zwar... Oh Gott, da muss ich hier mal... Ah, da kann Elektrizität dann. Oh, und dann kaufen wir uns den hier? Oh. Da brauchen wir die Besteine. Wir haben ja keine Besteine mehr. Oh. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Das heißt, wir könnten ja theoretisch auch die Fahrzeuge auf verschiedene Tipps speichern, dann hätten wir immer alle drei Fahrzeuge dabei. Aber das... Aber der hat ja die Fähigkeit von... Ja, ja, klar. Bauen? Ja. Echt? Ne, mach zurück, geh zurück. So, mach zurück. Und dann gehen wir auch ins nächste Level, würde ich vorschlagen. Zur Levelauswahl, und zwar gehen wir nach... Geschichte fortsetzen. Wo auch immer das ist. In welche Welt auch immer wir jetzt abdriften werden. Ähm... Oh ja, stimmt. Ja, einer muss reinspringen, einer muss es tun. Aber ich hab's auch noch geschafft mit reinzuspringen. Ja. In den Tunnel, in das Wurmloch... Den Wort... Den Wort Hex. Haben einen gegrüßt? Ähm... Noch nicht. Ja, lange will doch die Eileen mal. Und den Marcel. Ah. Hm. Oh. Da ist auch immer mehr runtergekommen. Guck mal, da war Ron Weasley. Wirklich? Das ist nicht Halloween, oder? Bleiben Sie zurück, Sir. Hier ist es nicht sicher. Das ist nicht Halloween, oder? Bleiben Sie zurück, Sir. Da ist es nicht sicher. Das ist doch das Luthor-Gebäude, ne? Das ist doch das Luthor-Gebäude, ne? Hahaha. 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 Das ist aber nicht die Herr-der-Ringe-Welt, glaub ich. Ach. Hahaha. Deswegen hab ich ja gesagt DC. Müsste DC sein. Sag ich doch. Ja. Jetzt kommt Superman Musik. Das ist Superman. Er kann uns helfen. Oh. Hahaha. Hahaha. Überlass es Batman. Mal wieder. Baradur. Was ist das für ein Ding, Gandalf? Der dunkle Turm, in dem Sauron haust. Wenn er hier ist, ist alles verloren. Ohne Frodo können wir ihn nicht besiegen. Ohne den einen Ring. Hä? Ich sehe ihn. Und den Schlüsselstein. Los! Sauron der Weiße? Hahaha. Äh. Sauron war nicht dabei. Es waren bloß die normalen. Die Stadt versenkt im Chaos. Wow. Die ist schnell. Muss sofort gestoppt werden. Der hat es auch verbessert. Hahaha. Glenn ist erstmal beschäftigt. Ich hab die Hunde genommen schon alle verschossen. Oh. Ja. Schade. Wir zwei sollten zusammen arbeiten. Wollten wir das? Glenn und ich arbeiten doch immer prima zusammen. Was kann ich da hinten machen? Mystery Toe und Blow. Oder so. Don't go. Don't go. Oh. Ich hab ein Energiefeld. Ich hab ein Energiefeld. Ich hab ein Energiefeld. Sehr schockierend. Sehr schockierend. Du kannst ja drauf fahren. Mach ich. Einer muss es ja machen. Ah. Und damit war... Legspots mal wieder. Nicht die hellsten, wie man sieht. So, was haben wir denn hier? Hm. Äh. Hier gibt's Orcs. Ja. Ich hab nie gesehen. Die laufen die ganze Zeit hier rum. Doch, ja, ja. Die kamen mit Sauron. Das ist mir jetzt... Ich tu mal das Auto weg. Bist du Gandalf? Ich kann auch... Ich kann auch... Ich kann auch in dunkle Gebiete rein. Mach ich schon. So. Einmal Batman, einmal zieh bitte. Ja, ich bin schon da. Aber das ist dann dauerhaft der Held. Das ist gut. Das ist... Das ist... Das ist hier gut gelöst. Ja. Ein Schlüsselsteinscheiter. Da brauchen wir irgendeinen Mini-Charakter, oder? Ja, Überraschung. Ähm. Achso, ah, da haben wir es. Ich mach mich mal climb. Yay. Ach, scheiße, bin ich langsam. Shaggy haben wir noch gar nichts gezeigt gehabt. Ja, da ist er. Ja, ich sag... Aber den haben wir... Ach du kannst... Okay, Gott. Der kämpft auch ganz toll. Hahaha. Ja, nicht mal hinschauen in der Camp. Sehr schön. Ab der linken Seite ging es nicht weiter, oder? Ähm... Nö, da war eine Absperrung. Achso. Oh, ich kann mich nicht groß machen. Schade. Es ist immer irgendein Typ, der als Hexe verklackt. Euer Leiden... ...beginnt jetzt. Na dann. Kein Sau, wann das sagt. Der weiß ja, wovon er spricht. Mit Leiden kennt er sich der aus. Ah, da war noch was. Oh ja. Laserblick. Und was braucht man da? Laserblick. Oh Gott. Denke ich, oder? Da brauchen wir entweder... Röntgenblick. Cyberman, Superman oder Zane. Also Cyberman brauchen wir echt, glaube ich, mittlerweile. Ja, Cyberman dann schlicht. Die haben wir uns an ziemlich vielen Stellen gebraucht, und den werden wir uns auf jeden Fall aufkaufen. Der da. Ja, genau. Oh, ein Video. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob es Cyberman schon gibt. Wir brauchen ihn für Technologie oder Röntgenblick, und Gedankencontroller können wir ihn dann auch noch brauchen. Tauchen können wir ihn noch brauchen, und für Drohne. Und er ist ein kleines Viech. Ja. Ich glaube, er könnte hilfreich sein. Ja. Und er kann silberne Sachen... Ach, das da... Und goldne auch. Da rechts steht's. Ja. Ja. Okay. Und er kann ungefähr alles machen. Und er kann... Aber keinen Laserblick hat er. Hä? Laser hat er ja keine. Ja... Gut. Aber alles kann er auch nicht. Ja. Aber Laser bekommen wir ja, wenn wir unsere Fahrzeuge aufrüsten. selber machen. So, gehen wir mal durch die... Band, die nicht mehr da ist. Für unsere Gadgets. Warte, ich muss mich mal umstellen kurz. Mach kurz. Damit ich mich selber unsichtbar machen kann. Werde ich mit klarkommen. Ich hab's nicht mal gemerkt. Ich hab's nicht mal gemerkt, dass du mich umgestellt hattest. Ja. Du siehst kurz ein Flimmern um mich da. Funktioniert schon ganz gut. Hier muss doch irgendwo ein Schlüsselstein sein. Das sieht dann so aus. Kurzes Flimmern. Ja. Hast du's gemerkt? Nee. Ich hatte gerade nicht hingeschaut. Oh, hier ist was für Emmett. Ich hab was aktiviert. Ah, okay. Also wenn du Emmett gerade da hast. Weißt du was für Emmett? Ja. Emmett ist drauf. Emmett ist drauf. Ja, Emmett ist auch angekommen. Der Auserwählte ist hier. Äh... Wo genau ist eigentlich hier? Wirst du groß sein, Emmett? Nö, kleiner Emmett tut's in dem Fall auch. Oder normaler Emmett. Mussten wir das sogar machen? Ne, Emmett hat man ja normalerweise nicht. Ja. Org wird interviewt. Doch, Emmett wird jetzt groß. Hey, Lucy. Ich darf dich doch Lucy nennen, oder? Wissen die Leute eigentlich wie... Oh je. Das war ein fettnäppchen, oder? Ich hab den Org umgebracht. Ahhhh. Er läuft auch. Oh crap. Emmett läuft auch so witzig. Hey, das sind Minikids. Okay, jetzt wird's schwer. Ach, das sind sogar wie aus Lego Batman, die Minikids. Die Bad Kids. So, okay. Emmett, komm mal her. Bitte, Emmett. Ja, ich bin auf dem Weg. Hast du her? Okay. Oh, okay. Ich lass's mal so. Bisschen schneller da. Und? Achso, ich muss klein werden. Und ich halt's hoch, während ich groß bin. Ich glaube, das beste Vorgehen wäre dasselbe wie beim letzten Mal. Diese Teamarbeit, diese Teamarbeit, diese Teamarbeit, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Jetzt musst du normal groß sein. Ich bin zu klein. So. Einmal aktivieren bitte. Ahhhh. Das funktioniert auch allein, das funktioniert doch. Läuft. Läuft bei uns. Ja. Sag mal kurz nochmal, ich will wissen wie man an dieses Ding ankommt. An das Minikit. Oh, ich bin wieder normal. Wie kommt man an das Minikit dran, was da? Ähm. Ein Belagerungsturm. Ja. Vielleicht von ganz oben rein. Weißt du? Nee. Aber ich nehme die Hexe. Blick mal hoch. Vielleicht das löschen, das Feuer. Nein. Normalerweise kommt man ja von vorne in sowas rein, oder? Ich war irgendwie verschieden, die Turm oder so. Ahhhh. Irgendwie. Wir müssen ja eine Möglichkeit geben. Ich kann nicht sagen, was gemacht werden muss. Das Feuer können wir nicht löschen gerne, wir haben kein Wasserfahrzeug dabei. Ähm. Ich bin mal white-style. Lass mich mal white-stylen. Okay. Ey, da wird noch gar nichts angezeigt, oder? Nö. Nö, nö. Wahrscheinlich muss man irgendetwas anderes machen. Na klar, dann mach ich mal einfach kleiner, kommst du da. Da, Fahrzeug. Wollt grad sagen, vielleicht muss man irgendetwas anderes machen, dass das dann beeinflusst, äh, bei Emmett. Ist auch eine Möglichkeit, ja? Ja, suchst die aus. Nehmen wir mal wieder unser Feuerfahrzeug von Legoshima. Uhuhuhu. Jawoll. Jetzt braucht man noch mal so anderes. Ja, ich hänge. Nö, ich glaub jetzt kommt man rein. Ja, dann geh rein. Dann geh rein. Ah. Man kommt rein, ja. Und da ist das Bad Kid Nummer eins angesagt. Oh, zwei schon. Was ich brauche. Sehr gut. So. Einmal noch mal. Ist ungewohnt. Normalerweise war die Steuerung immer anders. Also normalerweise bist du mit, äh, mit X immer weiter nach oben geflogen. Jetzt geht's halt mit einem anderen Stick. Oh, da müssen wir jemanden retten. Oh, da müssen wir jemanden retten. Das geht aber nicht so aus. Das hätte er wirklich Angst da oben. Wir helfen mal gerne. So. War das der, den wir aus der Gefahr befreien mussten hier? Nein. Das ist wahrscheinlich eh wieder. Das hätten wir gehört. Ja. Denke ich auch. Ach du kannst es auch? Natürlich. Die Hexe ist echt nicht schlecht. Die kannst du fast überall gebrauchen. Das sind jetzt Portale, oder? Ja. Das sind Portale. Hast du das gehauen? Werte da. Sie ruinieren den guten Ruf aller Magier. Können sie ihre Rotheit vielleicht ein wenig zurück. Gib mir mal gelb, dann hol ich hier oben die Münzen. Oh. Ey, bin ich jetzt. Ich hab zwei Charaktivoren untergefallen. Ich hab auf dich geschaut. Warum? Weil ich das nicht gecheckt hätte. Ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier nochmal ordentlich Münzen gesammelt. Ähm. Was brauch ich da? Den brauch ich da. Äh. Soll ich Emmett mal versuchen? Ja. Weiß nicht. Ah, das war ja doch. Das ist was für Emmett. Das ist aus dem Lego Movie auf jeden Fall diese Station. Die kenne ich noch. Dann tu ich gleich den Emmett wieder drauf. Ja. Mach das. Ich glaube zumindest, dass wir das waren. Aber irgendwie kommt mir das Zeichen bekannt vor, was da drauf ist. Weil glaub ich, dieser öffentlich Transportmittel bei Lego Movie. Ja. Lauf noch nicht weg. Emmett. Emmett ist bei mir. Okay, ich hab Emmett. Ja. Dann einmal mit. Dann einmal mit. Okay, du bist zu weit weg. Okay, du bist zu weit weg. Bin auf dem Weg. Ups, sorry. Komm ich nochmal ran. Ja, ja. Chillax. Chillax. Rückfalt hier. Ne. Das ist für irgendwie die bösen Charaktere, oder? Keine Erklärung dazu. Oh, hey Lucy. Ne. Darf dich doch Lucy nennen, oder? Da war nicht. Oh, die Technologie. Wahrscheinlich, oder? Ja. Höchstwahrscheinlich. Dann kommst du wieder raus. Dann komm ich wieder raus. Na ja. Ah, warte raus steht sogar was es ist. Ja. Ne, draußen stand es. Jetzt ist es kaputt gegangen. Jetzt steht es ja nicht mehr. Dann stell ich mich draußen hin. Ja. Dann verkack ich es nochmal. Dann müsste er wieder da stehen. Da, ja. Da kommts wieder. Ja, Hacker. Ja. Cyberman. Cyberman. Cyberman kannst du ungefähr immer gebrauchen. Ja. Cyberman. Du bist raus. Du bist raus. Ja. Achso, du bist raus. Ja, ja. Eventuell. Achso. Ich befürchte fast, dass Cyberman noch nicht verfügbar sein wird. Dann kommst du auch raus. Wenn du raus willst. Dann stellen wir den aber sobald er verfügbar ist. Dann brauchen wir Dings Benni ja gar nicht, weil das sei, wenn man ja auch hacken kann. Ja. Hm. Ja. Es ist geil, wie sie dann eine Mauer errichtet haben. Das... Das müsste eigentlich zu machen sein. Schwarze Tor für Arme oder so. Ja. Aber wo ist denn Lucy? Da ist Lucy. Oder ne, das ist Zusammenbau für Gandalf. Beziehungsweise für... Ja, ja, ja. Für mich. Ja. Ich kann das ja zum wohl auch machen. Für magiebegabte Menschen. Oder Zauberer. Wo ist Harry, wenn man ihn mal braucht? Ja. Ich hab auch schon immer in die Kommentare geschrieben. Harry Potter. Wunder mich, dass das eigentlich nicht dabei ist. Vielleicht. Kommt ja noch. Kommt ja noch eben. Könnt ich mir schon gut vorstellen. Aber ich meine, Warner Bros. hat ja die Rechte dran. So. Was tu ich raus? Es gab ja auch schon Lego Harry Potter. Und bietet sich ja echt fast an. Sollten wir irgendwann mal wiederholen. Ich stecke jetzt da drin fest, ne? Peter Bankman. Okay, doch nicht. Scooby Snack. Bau 2 hat übrigens auch Laser. Homas Fernseherbau 3. Bennys Raumschiff. Sollten wir mal Scooby Snack drauf tun, ne? Ja. Muss aber Scooby drauf tun. Aber wir haben ja ja, mach mal. Ist ja kein Problem, oder? Haben wir schon mal Scooby drauf gehabt? Weiß es gar nicht. Scooby Dooby Dooby Dooby? Ne, glaub ich nicht. Ne, glaub ich nicht. Dadurch. Schöne das mal Laser, oder? Da sollte man ja fast schon auf Stufe 2 mal verbessern, bald? Würde sich ja fast schon lohnen. Ohohohohohohoho. Schwль I calories. Den Fernseher gleich muss ich gleich auf Stufe 3 haben. деле mit der, der Konnte. Sollte ich mal sehen, was ich mit dem machen kann. Der hättest ihn grad verbessern können, glaub ich. Weiß so, dass ich nicht so転e? Ich glaube ich. ja ich bin groß für eine zeit ja sehr gut ja da vorne müssen wir glas kaputt machen das ist wahnsinn was sie alles eingebaut haben was man hier kaputt machen muss um hier weiter zu kommen martin mcfly könntest du auch nehmen oder normal ach das war diese rülps attacke war das bei homa ja du kannst ja auch so ganz normal wieder nehmen da war ich auch ziemlich cool mit am schwert wie du möchtest wie du möchtest kommt aber scooby runter so mache ich das genau ja ja hey louis lane gerettet louis nicht schlecht wer ist louis lane lieber drachenbursche das müssen wir gleich sagen lieber land 16 weil du es nicht weißt nein weil ich wissen will ob du es auch weißt aha ich weiß wer louis lane ist ja dann sag doch unseren zuschauern das ist die reporterin vom daily global nein nein das war das war bei spiderman daily mail keine ahnung und auch für die erste die weiß wer kennt klark ist außer den eltern natürlich ok und die freunde dann später auch immer ach die ist das ok ach die diese lois lane also nicht dass ich es nicht gewusst hätte aber haha aha ich hab's halt mit Namen nicht so ich hoffe mal wir sehen Frodo irgendwann wieder wir haben ihn ja bisher nur einmal eingesperrt gesehen da drüben ist auch schon wieder irgendein Automat oder so wir müssen ja welche befallen auch ja ist auch schön dass es am Ende von ihrem Level immer so einen krassen Bosskampf gibt das hat auf jeden Fall auch cool gemacht wobei die Level ja muss man ja sagen im allgemeinen ganz cool gemacht sind wir dürfen keine Zeit verlieren auf ein neues auf ein neues auf ein neues das möchte ich ja um klein machen oder ich muss jetzt erstmal was finden dann kann ich mich da drauf stellen und dann kann ich ja ich nehme mal Batman der muss ja eh was machen wird unsichtbar ja ja gesundheit lieberland lieber noch dann einmal hier vielleicht hab ich da noch oben was aktiviert oder so jetzt kann der Gandalf rein ah ich hab nur die Kamera deaktiviert ja ja na gut oh kannst du kurz was zusammenbauen nein ich kann oben nichts zusammenbauen weil da hab was gewackelt dann bau doch was zusammen muss ich aber erstmal da hoch kommen so jetzt kannst du dann nämlich auch ah da ist nur die Treppe nach unten ah ok ja genau da müssen wir auch hoch und zwar muss da hoch ich ich geh hoch oder du stellst dich da unter drunter da stell mich drunter ok nein 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 da warte Gandalf klein da rein Gandalf groß ah so jetzt musst du jemanden nehmen der oben ist nehm ich doch mal Batman wenn ich schon mit dir bin oh ne verdammt verdammt warte kurz warte kurz warte kurz ah da vorne ich als große muss erstmal das da rein ah das da rein ja dann muss ich mich wieder klein machen damit ich da drunter gehen kann und dann kann ich mich wieder groß machen damit ich dir das helfe also hier werden ja die Rätsel echt eingesetzt tun ja nicht schlecht nicht schlecht ja froh dass ich den N16 dabei hab sonst wären wir jetzt schon bei Folge 82 ja 82 genau richtig die glauben damit halten sie mich auf Mini Batman macht euch alle kaputt Mini Batman ist auch wieder groß das ist wieder ein normaler Batman ja was zur Hölle ist das da ja was ist denn da legt man legt sie nicht mit Batman an oh Laval brauchen wir hier warum auch immer ähm ahja warum brauchen wir Laval hier ah die GG Fähigkeit haben GG hat aber Laval Laval du hast Laval grad dabei ja Laval ist grad an Bord hier voll an Bord da haben wir keine Laval ach der kotzt sich da aus ok oh das ist ungut ne das sieht ungesund aus ne das ist ungut weil wir dann immer was sammeln müssen ne das ist weniger geworden glaub ich doch oben links ist es weniger geworden ich bin selber dann kaputt gemacht das war nicht so schwer das heißt wir müssen den häufig spielen was haben wir bekommen die Münzen nur wieder das war bloß wieder so guck mal die Hexe links oben und du hast zu früh geschlagen oder guck mal da ist was für Batman ich hab ja auch zu früh geschlagen das ist ja kein Problem ja warum nicht sie hat Sack gesagt noch kaum möglich was denn so fühlt sich also an wenn man nicht vorbei kann ich muss sagen das passt mir nicht weißt m 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 Ich sehe euch. Olifanten. Okay, Daily Planet. Ich helfe dir bei der Entscheidung. Kopf oder Zahl? Harvey, nein. Oh, oh, Zahl. Keine Sorge, ich lieg nur ab und zu daneben. Sorry, es ist Kopf. Was bedeutet Kopf? Dass du deinen verlierst. Ein bisschen modifiziert, ja. Das trifft es doch ganz gut. Two-Face. Ja, Daily Planet, da steht es auch. Ich wünschte, ich hätte eine Packung Erdnüsse mitgenommen. Was? Ich habe nicht die Erdnüsse. Erdnüsse. Okay, die haben alle Skates ran. Handlanger von Two-Face. Die hässen die. Die haben doch auch einen Namen. Haben die bestimmt Two-Face. Handlanger vielleicht. Da war das zwar echt cool. Vor allem dann relativ lange ist es schwer. Das heißt, er kriegt sie relativ schon aus der Entfernung nicht mehr kaputt. Ich könnte aber seine Chi-Kräfte aufladen. Aha. Interessant. Ich werde sicher zu. Hoffe ich doch. Ich werde gerade geröstet. Der Part von Lego Dimensions ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Außerdem könntest du natürlich meinen Kanal abonnieren, dann wirst du in Zukunft keine Videos mehr von mir verpassen. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn du mal auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeischaust. Dort bekommst du immer die neuesten Infos zu mir und meinem Kanal. Die Links zu den einzelnen Seiten und natürlich auch zum Kanal vom Len16, der das Ganze hier mit mir spielt, findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.